Wir haben schon gesagt, so viel Zeit, wie man sich nimmt, so viel braucht es auch. Und das Zweite, dass halt viele Einstellungen, die per Standard oder per Default sind, halt auch gewählt werden. Also wenn da irgendwo bei einem Formulat drunter angehakt ist, dass du den Newsletter willst, dann tun ihn weniger Leute wegklicken, als sie ihn hinklicken würden. Und genauso ist es halt bei deiner Besprechungsdauer auch. Outlook schlägt dir standardmäßig eine halbe Stunde vor, Google Meet sogar eine Stunde. Und jetzt ist die Chance natürlich groß, dass dann auf einmal Meetings immer für eine Stunde angesetzt sind, obwohl das gar nicht notwendig ist. Und da machst du dir das Leben viel leichter, wenn du einfach für dich und deine Leute irgendwie etablierst, dass sie alle ihre Default-Einstellungen auf zum Beispiel 15 Minuten heruntersetzen, weil dann entweder ist das Meeting kurz, sogar kürzer als seine 22 Minuten, oder du hast zumindest eine aktive und bewusste Entscheidung getroffen, warum du, weiß ich, eine halbe Stunde brauchst. Und das sollte doch wesentlich effizienter dann sein im Sinne des Ganzen.